Für euch Hörer kommt es gar nicht so vor, aber der Julian und ich, wir sind jetzt schon seit vier Wochen nicht mehr am Mic gewesen, weil wir waren in Thailand, wir waren im Urlaub, wir waren weg und jetzt sind wir wieder da und wir haben natürlich vorgearbeitet, dass es euch ja nicht auffällt, es waren so fleißige Bienen und jetzt sind wir wieder zurück und müssen wieder, wir müssen wieder ran. So ist es, ein Tag vor Veröffentlichung. Hey Quatsch, zwei Wochen vor Veröffentlichung nehmen wir die Folge auch. Aber es reicht ja, es reicht ja, wir sind sozusagen live, fast live, aber bevor wir jetzt in die Podcast-Folge gehen, ich werde euch auch gleich sagen, um was es geht, es geht so ein bisschen sogar um unseren Urlaub, da möchten wir euch auch ein bisschen abholen, möchten wir euch nochmal danken. Ja, wir möchten euch danken und auch nochmal ein gutes neues Jahr wünschen tatsächlich, heute ist ja der erste Februar, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, aber trotzdem wünschen wir euch noch ein gutes neues Jahr und vielen Dank, dass ihr uns letztes Jahr so fleißig gehört habt. Wir sind auch da nochmal ordentlich gewachsen und eins darf man auch nicht vergessen, die ganzen Projekte, meine Selbstständigkeit, das ist alles euch zu verdanken, dass ihr uns jede Woche hört, dass wir den Unternehmen vorzeigen können, was wir in der Zwischenzeit für eine tolle Reichweite geschaffen haben. Dadurch können wir auch die Unternehmen überzeugen und die arbeiten mit uns und wir haben für euch tolle Themen. Also vielen Dank nochmal an euch, aber nach dem Danke und nach dem Lob kommt gleich wieder hier der Schlag auf den Popo und zwar Leute, wenn ihr jetzt unseren Podcast hört, greift zu eurem Handy oder zum Telefon oder egal wo ihr seid und folgt auf Spotify oder Apple Podcast, da wo ihr uns hört. Und folgt einfach kurz. Das sind ein paar Sekunden, die auch für uns extrem wichtig sind. Genauso schaut mal auf Instagram oder Facebook, wenn ihr Facebook habt, geht auf Facebook, gebt ihr höflich unter Baustein, folgt uns, liked, schaut mal die Beiträge, was wir machen. Da geben wir auch jeden zweiten Tag Gas und posten da was und es wäre auch schön, wenn ihr uns da so ein bisschen signalisiert, dass ihr da auch mit auf der Reise dabei seid. Und auch noch ein wichtiges Detail, wenn ihr auf Spotify hört, dann könnt ihr natürlich auch gerne immer einen Kommentar oder so dalassen. Wir stellen dir ja oft auch Fragen zu den Folgen. Sieht man auch mittlerweile in der Spotify App echt top. Also ist mir jetzt auch schon öfters aufgefallen, dann steht direkt unten dran, irgendwie Kommentar schreiben oder Fragen beantworten. Kann man auf Instagram jetzt auch tatsächlich befragen. Aber ja, wäre auch noch auf meiner Liste gewesen. Julian hat völlig recht. Das sind auch unter jeder Folge sind Befragungen an euch und da sind wir euch natürlich auch dankbar, wenn ihr da kurz, ganz kurz abstimmt. Und noch eine Sache, bevor wir jetzt rein gehen, bevor ihr jetzt wieder wegklickt und zwar, vergesst auch nicht YouTube. Auf YouTube sind wir auch mit der Serie Inside Handwerk und nein, die ist nicht eingeschlafen. Wir sind gerade einfach nur an einem größeren Projekt dran. Ich kann euch auch ein bisschen sagen, schon um was es geht. Also wir begleiten eine Zahnarztpraxis, wie die entsteht. Und das Ganze, das ist echt eine größere Arbeit, die sich jetzt über ein halbes Jahr ziehen wird, bin ich einfach, ja, auch, wie sagt man, an der Kapazitätsgrenze auch. Sprich, ich kann mich dann halt auch nur auf dieses Projekt konzentrieren und daher rückt gerade nichts anderes nach. Aber Inside Handwerk auf YouTube, guckt da vielleicht auch nochmal rein. Da habe ich einen Dachdecker begleitet. Ich habe, Julian und ich waren beim Tobis Tool Time im coolen Studio mit GTA Hintergrund. Kommt bald ein neues raus. Egal. Kommt bald ein neues raus? GTA. Achso. Was habe ich noch gemacht? Bei einem Fliesenleger war ich dabei und es sind echt, zumindest die Feedbacks, die ich bekommen habe, sind alles tolle Folgen. Aber auf YouTube, da investieren wir aktuell auch noch. Wir wollen transparent sein, deshalb reden wir auch mit euch transparent. Wir tun da keine YouTube-Ads schalten, sprich, wir wollen alles organisch wachsen lassen, gerade aktuell. Das heißt, wir brauchen auch da euch. Deshalb, geht auf YouTube Inside Handwerk oder der Höflichunterbaustein und dann auf die Playlist Inside Handwerk. Guckt da mal ein bisschen rein, liked und lasst auch da nochmal ein Feedback da, wie ihr das findet. Und wenn ihr es nicht gut findet, dann sagt uns auch, dann wissen wir auch, okay, können wir uns lieber die Kraft in was anderes stecken. So, genug gelabert jetzt. Jetzt geht es weiter mit dem Labern. Danke fürs Zuhören. Nee, Quatsch. Jetzt geht es in die Podcast-Folge rein. Also, wir waren ja in Thailand und wir haben ja dieses Bauwerkequartett. Ja. Und welches besondere Bauwerk, Ju, haben wir denn in Thailand denn gesehen, wo wir gesagt haben, Mensch, darüber müssen wir eigentlich jetzt schon im Podcast mal drüber sprechen? Das waren die Pyramiden. Die waren ganz schön spitz. Die waren, ja. Nee, Quatsch. Also, es gab viele beeindruckende Bauwerke. Manche hast ja du auch auf Insta gepostet oder manche Baustellen. Aber ein krasses Bauwerk und tatsächlich hat mich das jetzt auch überrascht in der Vorbereitung, dass, ähm, wie jung das Bauwerk eigentlich ist. Also, ich dachte, das ist viel, viel älter. Das ist ja auch ein riesen Bauwerk, sieht man ja schon von Weitem. Und, ähm, dieses Bauwerk ist, soll ich es jetzt sagen, oder du? Ja, klar. Du kannst mir ja dann Fragen stellen, aber kannst du jetzt mal sagen. Das Bauwerk ist ein Buddha. Mhm. Aber halt ein ganz besonderer Buddha. Genau. Weil der ist... Der ist was? Weiß und steht auf einem Berg. Der ist weiß und steht auf einem Berg. Der Big Buddha von Phuket. Ja. Hast du gewusst, dass das die größte, ähm, Buddha-Statue in Thailand ist? Nee. Das ist tatsächlich die größte Buddha-Statue in Thailand. Also, es gibt in anderen Ländern, ähm, größere. Aber dort ist es halt der, der, der größte. Und das finde ich auch krass, dass er 2004 gebaut wurde und vier Jahre später, 2008, einfach abgeschlossen war. Das, das dachte ich nämlich, als man dort war, weil der wurde jetzt, er gerade, oder wird auch renoviert. Ich dachte, der ist irgendwie uralt, keine Ahnung. Mhm. So, ich dachte halt, ja, mindestens so 70er oder 80er Jahre. Mhm. Und jetzt ist der eigentlich relativ neu, gerade mal 20 Jahre alt. Mhm. Ja, schon. Aber... Ein junger Kerl. Er hat gerade schon Führerschein gemacht. Er hat, er ist gerade so im Erwachsenwerden, probiert sich auch so ein bisschen aus. Nee, Quatsch. Ähm, aber aus was besteht er denn? Oder wie haben sie denn überhaupt gebaut? Ja, sehr gute Frage. Aber vorher würde ich vielleicht sogar so anfangen und mal, dass wir mal so drüber sprechen, da habe ich jetzt auch gar nicht drüber recherchiert, aber für was steht denn der Buddha? Buddha, also Buddha ist ja so ein bisschen das Zeichen für den Buddhismus, in Thailand zum Beispiel, oder für die Buddhisten, das gibt es ja nicht nur in Thailand. Und die halten da ganz große Stücke auf ihren Buddha. Und der Buddha sieht ja auch immer unterschiedlich aus. Es gibt, wir kennen wahrscheinlich den dicken Buddha, der so im Schneider sitzt, der sitzt tatsächlich auch, aber ist nicht dick. Nö, ganz normal, der hat eher ein schelmisches Lächeln, der Big Buddha, wo wir waren. Ähm, aber ja, Buddhas sehen unterschiedlich aus, weil im Buddhismus, und auch da hängt mich jetzt nicht an jedem Wort auf, das ist das, was ich gelesen habe, oder wenn ich mich mit den Thailändern unterhalten habe. Auf Thailändisch. Auf Thailändisch, genau. Oder wenn wir unterwegs waren, unserem Pfarrer, oder auch von Sabrina, die Mama und so weiter, die dann auch gesagt hat, im Buddhismus ist alles okay. Sprich, es ist egal, wie du aussiehst, es ist egal, wer du bist, es ist alles okay, Hauptsache du schadest niemand anderem. Und das soll ja auch dieser Buddha oder der Buddhismus aussagen, deshalb sind die auch so unterschiedlich und gibt es in dick, dünn, mit langen Fingern, kurzen Fingern, lange Fies, kurze Fies, so ist es. Und der Big Buddha wäre jetzt ganz interessant, weil ich hätte gesagt, wenn du jetzt mal beschreiben musst, wie würdest du jetzt, nur mal die Optik, wir gehen gleich in die Bauphase und alles rein, aber nur die Optik, hast du das noch so im Kopf, wie der für dich aussah? Wie du sagst, der hat glaube ich irgendwie so was Spitzes auf dem Kopf, oder? Ne, der hatte so Stachelfrisur. Oder so, also irgendwas Spitzes habe ich im Kopf. Und wie du gesagt hast, ja, das ist so ein schelmisches Lächeln und sitzt da halt im Schneidersitz da. Genau, und hat noch so einen, glaube ich, Schal oder sowas im Schwung. So einen Umhang oder so, deshalb, ja. Genau, ja, korrekt. Also der Buddha, du hast gesagt, der ist in Phuket auf dem Berg, von dort oben kann man auch das Meer sehen, das ist unglaublich schöne Aussicht. An einem ganz besonderen Ort, wo dann auch Affen und so weiter noch nebendran rumspringen und natürlich einen Haufen Touristen. Man fährt erstmal einen Berg hoch und begegnet dort auf dem Weg alle möglichen Dinge, ob man es gut oder schlecht findet, aber von Elefanten bis Tiger kannst du dort irgendwie auf der Fahrt auf den Berg da hoch alles machen. Richtig für Touristen ausgelegt. Touristen komplett ausgelegt und dann ist man dann oben an diesem Big Buddha, wo man tatsächlich auch nur, ich habe gedacht, man kann reinlaufen, ich habe gedacht, das wäre irgendwie wie so ein Tempel oder so, habe ich gedacht, aber ist gar nicht. Man kann schon rein, aber der wurde ja gerade innen renoviert. Da waren ja auch, da waren innen ja noch andere Buddha, kleinere Buddha-Skulpturen und die waren ja teilweise schon auch abgehängt. Okay, okay. Aber jetzt so ein Tempel ist es nicht? Nee. So. Der Tempel ist draußen dann nochmal. Unter freiem Himmel. Aber der Buddha jetzt selber. Also der Buddha, der wurde wie gesagt 2004 gebaut und 2008 abgeschlossen. Und zwar wurde der, schreiben die Thailänder, sogar auf der Homepage habe ich nachgelesen, anlässlich zu den Ehren des Königs, wer auch immer das ist, Bumibol, Adul Yadeye, zum 80. Geburtstag haben die dem das Ding dahin gebaut. Okay. Also ich frage mich, ich frage mich, was will der mit so einem Riesen-Buddha? Ja. Ganz spannend auch. Was hat das Ganze am Ende gekostet? Werden wir nachher nochmal drauf zukommen? Und wer hat es bezahlt? Wer hat es bezahlt? Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber einfach nochmal zu die Dimension, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Also es ist, ich fand es total imposant, davor zu stehen, ein Riesending. So, du stehst da unter dem und der ist riesig. Ja, so eine Treppe, wie man dann noch hochläuft, eine ewig lange Treppe, wie du es schon sagst. Es ist ja auf dem Berg, du läufst da ewig hoch. Das ist schon imposant. Und weißt du die Maße? Ich glaube so zwischen 40 und 50 Meter hoch, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Ja, genau. Also 45 Meter in der Höhe. Die Breite von den Schultern, das ist ein richtig breites Kreuz von 25 Meter. Also fast wie bei dir. Und die Breite der Basis, also die Hüfte. Genau, haben wir 12 Meter und der Junge ist 135, oder die Frau, weiß man, 135 Tonnen schwer. Okay, und aus was besteht er? Auch interessant, der besteht eigentlich aus Marmor, aber das ist ein spezieller Marmor, der heißt Burmesischer Marmor. Das ist ein antiker Sandstein. Okay. Und aus dem ist diese, das sind ja überall, also komplett, der ganze Buddha besteht aus einer Hand, also das sind wie so kleine Fliesenstücke, also das ist dieser Marmor. Und ein Fliesenstück, nenne ich das jetzt einmal, oder Marmorstück, ist so groß ungefähr wie eine Hand. Okay. Und der besteht ja komplett aus diesen Marmorstücken, einmal komplett rum. Und es wurde alles, also klar per Hand gemacht, aber in Stücke. Mhm. Genauso die Finger, die Hände, die Füße, die wurden alle separat präpariert und dann hingeschraubt oder halt hingemacht. Und ist der darunter hohl oder ist das irgendwie in Beton gegossen? Das ist in Beton gegossen. Okay. Und dann halt per Hand so zusammengesetzt. Also per Hand schon mit Kran und Maschinen und so? Ja, ja, schon, ja. Aber. Okay, schon beeindruckend. Beeindruckend, unheimlich beeindruckend, aber warum die das mit diesem Plättchen, was das zu sagen hat, das weiß ich leider nicht. Ich vermute, das soll vielleicht das lange Leben oder das, die glauben ja auch an die Wiedergeburt, vielleicht irgendwie in dem Sinne nochmal irgendwie was sein, aber ich bin da leider nicht drauf gekommen, was das heißen soll. Warum die das mit den vielen Platten gemacht haben. Ja, aber es sieht so geil aus. Vielleicht auch nur wegen optischen Gründen und damit es halt hochwertiger aussieht, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, kann sein. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, die Kosten. Mhm. Witzigerweise. Auch schwer zu schätzen. Ja, genau. Erstmal vielleicht, wer hat das überhaupt gezahlt? Ja. Also wer hat das gezahlt? Der König war es nicht, weil der hat es ja geschenkt gekriegt. Genau. Und das Geschenk haben eigentlich das Volk oder die Menschen gemacht, die gespendet haben. Das sind alles Spenden, die dafür verwendet wurden. Krass. Jetzt weiß man, in Thailand gibt es auch extrem viel Armut. Also die Leute, und ich bin mir hundertprozentig sicher, auch viele arme Menschen spenden halt für Buddhismus, für die Götter und so weiter. Das habe ich echt lange auch recherchiert, weil das hat mir nirgendwo ausgespuckt. Immer nur stand, ist Spenden basiert, ist Spenden basiert. Und da bin ich auf eine Seite gestoßen, die hat relativ seriös ausgesehen. Ich gehe mal davon aus, war aber auch nur eine Schätzung. Und zwar 885.000 US-Dollar. Also nicht mal eine Million, ne? Mhm. Das heißt, 30 Millionen Baht. Relativ günstig. Relativ günstig, habe ich auch gedacht, ne? Schon, ja. Also nicht mal eine Million, das Ding ist ja... Das ist wahnsinnig günstig. Wie gesagt, das habe ich halt aus dieser Quelle... Du musst ja überlegen, auf was für ein Fundament da steht. Wie gesagt, die Treppe da unten... Wir reden aber nur von dem Buddha. Also die Treppe und so weiter, glaube ich, ist nicht mit einberechnet. Glaube ich nicht. Kann sein, aber glaube ich nicht. Gut, in Thailand ist natürlich schon auch alles günstiger. Ja, aber trotzdem, hey, das ist ja... Ja, das ist schon... Unglaublich. Kann man fast nicht glauben. Oder halt, dass die Baufirmen und Lieferanten, die da dran beteiligt waren, dass die das halt auch teilweise dann gespendet haben. Oder andere Preise gemacht haben, dass das halt nicht so teuer war. Ja, das kann auch sein. Also nicht ein guter Hinweis. Du hast Probleme mit dem Mikrofon, gell? Ey Katastrophe, könnt ihr ein bisschen Geld schicken, damit ich hier mir so einen neuen Ständer kaufen kann. Okay, ich gebe dir nachher mal eine Tablette. Das ist okay. Zurück zu den Göttern. Was ich auch noch sagen wollte, also dass ihr euch einfach nochmal kurz vorstellen könnt, wir sind gerade ungefähr... Ein Euro ist ungefähr 38,50 Bat. Circa. Mhm. Ungefähr. Oder 100 Bat, 2 Euro irgendwas. So kann man es vielleicht besser... Ist auch gut. Ja, ist gut. Ja, okay. Und ähm... Die Statue, die sitzt ja auch in einer besonderen Pose da. Auch da, Leute, geht auf Instagram, dann könnt ihr bei uns, bei der Höflich und der Baustein, die Videos und Bilder sehen. Wir hatten unseren Filmer dabei, der Arpad. Der hat mega geil Drohnenaufnahmen gemacht. Es lohnt sich wirklich, das anzuschauen. Ähm, und da wird auch immer mal wieder was auf Instagram kommen. Deshalb schaut es euch mal an. Die Pose, wie der da sitzt, das ist eine Subduing Mara-Pose. Keine Ahnung, ob die im Yoga bekannt ist. Dem einen oder anderen wird es vielleicht das sagen. Ich würde sagen, das wird bestimmt, ähm, den Jogis unter uns bekannt sein. Vielleicht. Aber... Oder auch nicht. Aber... Das ist ein Schneidersitz, oder? Das ist ein Schneidersitz, aber ist bekannt als eine Unterwerfung. Okay. Das ist eine Geste der Unterwerfung von irgendeiner Mara. Also so, wie du immer machst, wenn du zu mir kommst. So ist es. Genau, so begrüßen wir uns. Unheimlich spannendes, ähm, Bauprojekt, wo wir auf jeden Fall mit aufnehmen, in unser Bauwerksquartett. Da sind wir auch jetzt schon echt fortgeschritten. Also wir haben angefangen mit Disphere, Marina Bay Sands, The World in Dubai, The Line in Saudi-Arabien und Fehmarn-Belt-Tunnel. Und jetzt der Buddha. Wir machen das ja alles nur, weil wir am Schluss ein Riesen-Finales sozusagen haben, wo dann was richtig Geiles draus entsteht. So ist es. Genau. Und, ähm, dauert noch ein bisschen. Ja. Da müssen wir echt noch Gas geben. Aber das eine fügt dem anderen. Und jetzt haben wir auch ein tolles, ähm, ein tolles Bau, ähm, wie sagt man? Bauwerk. Bauwerk, ja. Es ist halt schon, wenn man nach Thailand geht, und ich glaube, die meisten, die nach Thailand gehen, werden auch mal Phuket besuchen. Mhm. Du siehst den halt wirklich von sehr, sehr vielen Punkten, auch wenn du eben in Phuket irgendwo bist. Mhm. Und du guckst da hin, dann siehst du den halt echt, der ist präsent. Absolut. Du siehst den ja. Und dann muss man halt auch da hochfahren. Mhm. Und sich den Dinger angucken. Auf jeden Fall. Absolut lohnt sich schon. Ich hab mir auch überlegt, ob ich jetzt noch so in die Podcast-Folge noch mit einbaue, wie die Leute das aufgebaut haben. Aber das Problem ist halt tatsächlich, dass in Thailand die ganzen Gerüste und so weiter, das ist ja alles anders. Die haben ja, die tun das ja wirklich mit Holzstecken, Zusammenstecken, und das ist denen ihr Gerüst, wo die dann drin rumkrabseln. Ja. Und da kannst du nicht groß was erzählen, das ist einfach nur besonders, das zu sehen. Und da empfehle ich auch, und das werde ich auch noch mal in die Shownotes auch mit einbauen, die Homepage von dem Buddha. Und das sind tatsächlich Bilder, damals vom Bau, wie sie das gemacht haben. Und das ist so spannend, da einfach mal reinzugucken, und da sieht man auch, wie die dann die Einzelteile, die Hände, die Füße, wie die das gemacht haben, wie die da Stück für Stück vorwärts gekommen sind und wie dann auch später das Gerüst stand. Also das sieht echt irre. Wie heißt denn dieses eine Märchen mit diesem Goliath? Riese Goliath. Wo der Kleine den am Boden fest bindet. Ja. Da tut ihn ja, und das sind auch wie so Stäbe an so einem Riese, das sieht so aus, als würde man den halt so festbinden, dass der nicht wegrennt. Also das sieht geil aus. Also empfehle ich wirklich, die Bilder mal anzugucken. Aber groß drüber zu sprechen, das lohnt sich halt einfach nicht. Wir können nur das Interesse hier wecken. Nur das Interesse wecken, das haben wir glaube ich auch gemacht, weil das ist wirklich ein tolles Ding. Wir hatten ja mit dem Tag auch Glück, es war gar nicht so krank heiß. Ja, die Sonne hat schon hingebrannt. Ja, aber wir hatten Glück. Wir hatten eh, weil wir halt zu einer guten Reisezeit dort waren. Aber stellen wir vor, im Sommer bei 50 Grad da oben auf dem Berg. Und dann mal noch ein kurzer Regenschauer. Ja, oder so. Ja. Gute Nacht. Richtig. Und verabschiedet wurden wir dann auch, als wir Treppen runtergelaufen sind, von einem Affenpapa, der auf seine Frau und auf seine Kinder Acht gegeben hat und uns schön sein Popoloch gezeigt hat. So wurden wir dann verabschiedet. Das war rundum ein gelungener Tag. Und das war ja auch der Silvestertag. Stimmt. Und dann ging es ins neue Jahr. So Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und ab nächster Woche sind wir wieder am Start. Jetzt habe ich gerade voll den Faden verloren. Ab nächster Woche haben wir wieder Gesprächsgäste. Genau. Wahrscheinlich. Doch. Ja, wahrscheinlich. Wenn die Mikrofone ihren Weg finden. wenn die Mikrofone ihren Weg finden. Also, vielen Dank fürs Zuhören und danke und bis bald. Ciao.